Warum habe ich das getan? Ja, ich wollte mich nur vergewissern, dass da auch wirklich nichts ist, denn das war ja klar, denn in 10 Minuten. Das war total daneben. Stört aber mich nicht im geringsten den Beherrscher des Speicherns. Oh, er ist tot. Er ist tot. Hätten wir diese unnötige Odyssee auch hinter uns gebracht. Über den Moment. Und können uns nun den nächsten widmen. Wo kommt der denn jetzt her? Wieso überlebt der? Äh, der überlebt immer noch. Ach, ach so, das waren doch die, die sich dann aufteilen in kleine, oder? Da war was. Jetzt will ich den erstmal ausschalten. Wo kommt der denn her? Wo kommst du denn hier? Sag mal an, was willst du da? Da kommen sie. Ach, die schießen auch ziemlich scharf. Ich hatte jetzt auch mit Platzpatronen gerechnet. Also, das wäre schon schön gewesen. Theoretisch. Kann die nicht irgendwie zerstören, dass der direkt kaputt ist? Und die kleinen Viecher... Aha! Die kleinen Viecher kann ich erst nerven. Ist da zufällig was besonderes? Möglich. Aber erstmal... Ein bisschen Belohnung abholen, sonst hätte sich das Ganze ja gar nicht gelohnt. Wie ich mal wieder null Secrets finde, ne? Aber vielleicht ist das hier ja schon eins. Nicht wirklich. Was ist hier oben noch? Ihhh, ein Fettsack. Eine Fehlkonstruktion. Da haben wir das passende Lied für. Ah! Der schießt! Ich dachte, der kriegt mich nicht. Ich muss weiter weg. Mit der Musik klappt das auch. Sollte man meinen. Ich seh ihn nicht. Ich muss ihn sehen. Ich kann nicht blind schießen. Also theoretisch schon. Aber dann... Minimieren sich die Erfolgsaussichten. Ich weiß nicht, ob er das ist. Aber ich probier's mal. Das ist er. Und er ist tot. Er konnte nicht mehr schießen. Die Musik hat's bewirkt. Man sieht wieder, ein Spiel lebt von der Musik. Nur von der Musik. Ähm, was ist das? Das ist Energie. Was? Spreadfire. Die hab ich schon. Warum hab ich sie dann angesammelt? Wollt ihr mich schon wieder verarschen? Das soll hier ein Secret sein? Das nennt ihr Secret? Wo habt ihr bitteschön gelernt, dass das hier ein Secret sein soll? Ich möchte diesen Lernort verbrennen. Auf dass denn niemanden mehr diesen Schund lehren könne. So. Aber diesen Musikkünstler, den will ich irgendwie eine Million Euro schenken. Und dann will ich sie zurück. Ist das ein Schachfeld? Nein. Das war nur dieser Lichteffekt. Von Schatten unterbrochen. Genau deshalb. Ich dachte, das wär so ein futuristisches Schachfeld. Mehr oder weniger. Oder ein anderes Spiel. Man muss ja nicht immer vom Schach ausgehen. Was? Fug. Fug, 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 Fug. Hä? Hat der mir überhaupt was abgenommen? Wie viel Schild hatte ich bitteschön? 200 oder was? Ich war eben saue Kacke und... Ich hab immer noch 77. Was? Ich... Achso, da... Moment. Da war Schild bestimmt drin, oder? Habe ich das eingesammelt, ohne zu merken? Moment. Hä? Was war doch hier? Fuck. War es nicht. In der Tür war das... Was? Wo war der Scheiß? Da. Man sieht's doch gar nicht mal. Da ist kein Schild. Da ist ein Energiecenter. Ah, ja. Moment. Geh mal weg. Ich will ja kurz was gucken. Was ist das? Das ist Klosett. Also unsichtbar. Dann... Befürchte ich, dass ich da gleich was brauche. Hä? Hä? Versteh's nicht. Wo habe ich dieses Schild bekommen? Hä? Haben die mir das reingedrückt, bevor sie mich umgebracht haben? Die kamen hier direkt rausgestürmt? Ist mir ja dann aber auch egal. Dann nehme ich das einfach mal so hin und erfreue mich dem. Muss irgendein Bug sein. Es muss ein Bug sein. Wenn nicht, dann habe ich das Spiel mal wieder... ...gebuggt. Also ich und nicht das Spiel. Aber letztendlich ist es ein Bug. Doch es ändert nichts. Da war's. So, schnell speichern. Man sieht sie ja trotzdem. Das ist das Problem bei ihnen. Also für sie. Für mich nicht. Ähm, da kamen sie nicht raus oder was? Stört mich nicht. Gibt er noch hier die Möglichkeit? Wenn sie denn mal kämen. Auf jeden Fall ist es cool, dass es sogar zwei Energiecenter gibt. Hätte ich nicht für möglich gehalten. Hätte ich denn damit rechnen können. Lässt sich bestimmt krass vermarkten. Ja, ähm... Diese Wartezeiten verleiten einen echt zu emmen. Sind schnell. Wo sind sie denn? Die warten, na? Letztendlich kann ich ziemlich verschwenderisch mit meinem... mit meiner Energie umgehen. Weil da ein Energiecenter ist. Und ich verliere einfach kein Schild. Das ist ein bisschen, ähm, beängstigend. Und wo ist das Klosettenteil hin? Da war noch einer. Da war doch noch einer. Ach, den habe ich vorher schon ausgeschaltet und hab dann gespaltet. Ja, so war der. Irgendwas war der. Aber das Klosettenteil ist weg. Und das habe ich scheinbar beim ersten Mal eingesammelt und dann dadurch Schild bekommen. Was? Das gibt alles keinen Sinn. Ist ja scheißegal. Soll ich Angst haben oder was? Soll ich Angst haben? Wollt ihr mich echt zum Lachen bringen? Dann versucht das mal. So. Also bisher hält das Level nicht, was, äh, ähm, es befürchtet, äh, es befürchtet Lies. Und da ist seine Tür. Lach, 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 ha, ha, ha. Du kannst ja nicht mal schießen. Du bist noch nie zum Schuss gekommen. Ich habe das Gefühl, ich bin wieder ein bisschen... Weiß nicht. Ich bin jetzt echt mal ein bisschen verschwenderisch mit meiner Munition, weil ich ja... mir zwei Energiecenter gewiss sein kann. Ist das eklig. Was ist das für eine Farbe? Sind wir hier in der Kanalisation gelandet oder was? Gute Frage, wo sind wir? Da, wo die Gegner in der Schweiz sind. Ihhh, kein Spawner. Der spawnt immer ein bisschen. Und dann müssen kämpfen und so. Das macht mir... doch keine Freude als Pazifist. Nein. Auge und zu und durch. Ach, da sind schon welche. Da ist ein Secret. War ich hier schon? Wo geht's hier denn hin? Ah, unsichtbar, wa? Wo bin ich? 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 Da bin ich nicht. Nein, da bin ich nicht. Ich bin da. Wo bin ich. Wo bin ich. Ah, er sieht mich. Haha, wo bin ich. Ah, weg. Mist, da oben warten sie auf mich. Ich wollte doch nur da durch. Ach, und hier kommen wir da raus. Ach so, dann war es dieser Spawner, den ich schon kannte. Was? Ich habe total die Orientierung verloren. Weil ich nicht auf die... Also die Karte verstehe ich nicht. Also... Ich verstehe schon, was ich meine. Nämlich, dass es unverständlich ist. Also, dass da jetzt der Spawner ist, das sagt doch nur aus, dass die ganzen Sektoren miteinander verbunden werden und einen riesigen Sektor ergeben und ich weiß, dass ich da noch weiter kann. Moment, wie drehe ich die gerade richtig, dass man das sieht? Da links. Da links. Wie komme ich dahin, indem ich gerade ausliege und dann... Ach ne, da war das Secret, oder? Ja. Da war das Secret. Lohnt es sich jetzt, die Spawner auszuschalten? Ich glaube, von hier habe ich auf jeden Fall schon mal eine bessere Chance als von der anderen Seite, weil... Ja, ja. Keine Dings lauern. Hier war ich echt schon? Ah ja, da waren zwei Hulks. Ja, da bin ich da rein und dann... Hier war ich doch nicht, oder? Doch. Gut. Ich habe so keinen Schimmer. Aber ich habe einen blauen Schlüssel. Das heißt, am Anfang in diese blaue Tür kann ich rein, wenn ich dann nochmal irgendwann hinkomme. Ey, mach nicht so einen Zick-Zack-Kack. Und kann dann... Durch die blaue Tür und weiter. Und hier ist ja auch kein Problem, weil da so leichte Gegner rauskommen. Boah, so leichter geht es ja echt gar nicht. Dummdi-Dum. Hä, wo sind sie denn? Dü-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di. Ach, hier wollt ihr wieder warten, bis ich in der Mitte bin, wa? Ihr Drecksack. Ja, Bomben, ja, fickt euch. Direkt vor der Schnauze. Auf die Schnauze. Was machen wir denn da? Dasselbe wie beim Hinflug, oder? Einfach nur durchfliegen. Achso, ich kann hier schon runter. Cool. Und da auch wieder hoch? Geil! Das ist, ähm, Kloaket. Wie viel hab ich denn jetzt verloren? Hab ich überhaupt wieder verloren oder hab ich wieder gewonnen? Ich hab wieder... Was? Was ist das, dieses Kloaketeil? Das... Wenn ich getroffen werd, gewinn ich ein... Schild? Ist das Spiel entweder verbuggt oder irgendjemand hat's modifiziert? Ich will hier niemanden anschwärzen, aber ich hab das Spiel von jemand bestimmten bekommen und der hat's auch nicht etwa daran rumgefummelt? Oder etwa... Doch, wo ging's denn jetzt hier runter? Hö? Ging's hier nicht? Irgendwo... Irgendwo... Runter? Ja... Gut, dann lass ich mich jetzt erstmal ein bisschen treffen. Ich will ein bisschen in der, äh, Schild... auffüllen. Aber ich... Oh, fuck. Wollte ich gar nicht machen. Egal. Immer dieses Schnellsprecher. So, treff mich mal ein bisschen. Wieso klappt's jetzt? Wieso klappt's jetzt? Wieso klappt's nicht mehr? Das ergibt keinen Sinn. Nein! Nein! Musik! Ich will nichts verlieren. Wenn, dann will ich was gewinnen. 83. 82, ja komm. 82 hätte noch geklappt, aber nee. Nee. Nu, nu. Ich kann ja nicht mal zurück, weil die mich schon beide Seiten einsperren. Also, das ist richtig... Nicht mal fies, das ist einfach nur dumm. Das zählt nämlich gar nicht, das geht nicht. Da kann man ja gar nichts machen gegen. Von daher ist das gar nicht fair und total blöd und beschissen. Also, das kann man gar nicht mehr in die Wertung einbeziehen, weil dumm. Weil einfach beschissen. Aber ich mein, wenn man das hier geschafft hat, da rauszukommen, dann ist das ja auch alles irrelevant. Die verstecken sich jetzt da hinten, die Drecksäcke. Deswegen kommen jetzt keine neuen mehr, oder was? Ich denke, dann kann ich mal... Oh, das erste wollte ich aufheben, glaube ich. Deswegen mache ich jetzt hier einfach ein 711 hin. Den zweiten Sprechstand werde ich sicherlich nicht mehr brauchen. Da kommen sie, da kommen sie. Ja, das ist schwer hier auszuweichen in so einem engen Raum, wa? 100? Was hatte ich zum letzten Mal? 100 Schild? Da sind schon 100 Dekaden her. 100 Dekaden. 105? Das ist wieder passiert. Oder? Oder habe ich dann doch ein Schild eingesammelt gehabt? Ich bin so verwirrt von diesem Spiel. Weil es bringt manchmal Glücksfälle ans Tageslicht, wenn ich am wenigst mit ihnen rechne. Wo sie auch gar nicht hinpassen. Ich habe keine Energie mehr gleich. Aber ich habe Energiecenter mindestens eins. Das zweite könnte das erste gewesen sein, wo ich mich geirrt habe. Also könnte ich mir vorstellen, dass ich so dumm war und das verwechselt habe. Wie die auch nie Energie geben, aber ist ja auch egal. Ich habe ja Energiecenter.